Musik Wenn der Anreis aus seiner Turmluke des historischen Rathauses zu Glockenspielklängen erscheint, wissen die Duderstädter, welche Stunde ihnen schlägt. Der Besuch der Südniedersächsischen Stadt Duderstadt im Eichsfeld belohnt die Besucher mit prächtigen Fachwerkbauten. Neben dem historischen Rathaus gibt es eine Reihe von Sehenswürdigkeiten, die sich am besten bei einer Stadtführung erkunden lassen. Die St. Cyriacius-Kirche, auch Eichsfelder Dom genannt, erfreut sich regend Zulauf. Der Gang durch die historische Stadt offenbart Fachwerkbaukunst verschiedener Epochen. Selbst das Amtsgericht befindet sich in geschichtsträchtigen Räumen und ist das längste Fachwerkhaus der Stadt. Ein weiterer Hingucker ist das Wester-Tor mit seinem gedrehten Turm. Die Atmosphäre rund um die St. Servatius-Kirche und dem Haus Die Tanne wusste bereits Goethe zu schätzen. Die Region Eichsfeld bietet viele weitere attraktive Ausflugsziele, wie beispielsweise die Ruhmequelle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.